Hallo, moin Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video, ich hoffe es gefällt euch. Servus Light, eh, Servus Light. Ich begrüße euch zu einem neuen Video, ich hoffe es gefällt euch. Ich freue mich, ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 hier ist ein bisschen die Getriebe, ja, das Bläder, dass man das nicht in 40 ist, ich glaube, ich wohne hier. So, so, sobald die Drennen nicht mehr. Ich kann eine IFA gegen eine Veli-Fighter. Genau. Jetzt hab ich schon lange hier rausgebracht. Ich war ja lange nicht hier, aber ich hab's dann können, zu holen. Und ich hätte nicht gedacht, dass Mord gehen. Jetzt machen wir den. Da ist der Drennen. Gute Kinder. Wir haben das 3 Liter da. Schauen wir uns hier noch mal den Chirurg hier. Zum Beispiel haben wir hier den Chirurg stehen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. 14. 100. Kein Wunder zum Beispiel. Nein. Und zum Beispiel haben wir den NSX oder den Öl-W NSX. So, Koffe-Kina-Besam leider kein 100XX, aber das ist nicht schlimm. Okay. Okay. Dann. Schauen wir mal was wir haben. Das Lass. Das ist jetzt. Ich bin einer Erfahrung, rutschend. Ich bin einer Erfahrung. Und ich war es nicht. Aber wir haben uns mehr Informationen auf den Kanal gibt. Ich bin einer Hügel. In einer Hügel. Ich bin einer Hügel. Ich bin einer Hügel. Gut. Lämmchen. Ja und, ihr habt dann gesagt, dass ich dann, ja, ihr habt dann halt, das hängt dann, und wir fahren hier jede Menge durch, und genau. Oh ja. So, jetzt mache ich ja Kaufenkiner, das sind welche Kaufenkiner, und ich bin ja freier, dass ich probiere nicht eine BNV gekauft habe, sondern dass die BMW 4 einfach gut war, probieren wir beschlossen, die BMW M4 zu kaufen, zu Kofa, die BMW M4, das Spiel natürlich nicht, und, ich kfete, wie ich wollte, wie kfete BMW, einfach zurück, ich kfunde. Das war's. Das ist die Räumstiefe 17, 20 Schlüssel, 20 Schlüssel und es ist noch 1340 hier bei mir in München, wo ich wohnen. Und es ist schon eine Ehre, wo denn das hier alles neu ist. Was haben wir hier? Schauen wir uns genauer auf. Okay, wir brauchen Steady-Beech. Genau. Vorhin ging ein E-Beech. Ich halte KT-S. Wie ist das? Die gute Methande ist, was ich hier kaufe, insofern wie ein Viehschub hat, wo er uns zu holen ist. Hier kaufe ich einfach zu groß, und das ist okay. Sollte ich mir geschlossen zu kaufen. Und der kann Mercedes kaufen Oh, ich glaube wir holen die Oh, jetzt gehen wir auch so Schade, wir haben beide Labels, Modelspots, genauer Okay, das sieht nämlich nicht schlecht aus Ja, jetzt weiter Ja, nicht schlecht, der Kamaru Schauspiel wegkriegen Du musst ganz entspürzen Oh, das ist so oft würde ich nicht gewinnen Als wäre ich nicht gewinnen Ich würde sehr schnell auf Oh, Holger Verlogen Also, das muss man natürlich nicht kapieren Ich mache mal hoch hier Jetzt auf Ablaufen Ja, ab die Das ist nicht so hart Das ist nicht so meins Nicht so einfach, wie ich mir dachte Und wir machen was anderes Und zwar Werde I Die I-Lache ist Ich werde jetzt Das hier machen Das da Bestimmt Läuchte Boah Bestimmt Läuchte Besser Ja Ja Bestimmt Läuchte Besser Zumachen Ja Wir brauchen hier natürlich Die Maserati Die 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 Denk dran Du brauchst eine Auto De Klosse 4 um am Finale teilzunehmen, fang anzuspornen, wenn ihr jetzt hört, denn mit Zeit bleibt ihr nicht mehr. Okay, dann haben wir gleich alles geschafft für heute und ich bin mit deinem BMW M4 schon zufrieden und ich brauche es fast nicht machen. So, das fliegt da rein, das kann jetzt nicht sein. So, jetzt noch einmal. Du hast gegen Wasser aufgenommen. Jetzt ist mein Benzin leer und ich würde sagen, wir beenden dieses Video. So, ich würde sagen, wir beenden dieses Video, ich hoffe es heute euch gefallen. Servus, bis zum nächsten Mal.